Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes. RAF-Rot-Sensor ein Signalstromkreis. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung, VW, Ford, Audi, Buick, GM und so weiter gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Ein P0318-Fehlercode gehört zu der Kategorie von Codes, die Zündsystemcodes enthalten. Der Grund dafür ist, dass die unebene Straßenbeschläge manchmal tatsächlich eine Interpretation von Sensoren ist, die im Grunde genommen erkannt haben, dass sich die Kurbelwelle des Motors auf unerwartete Weise bewegt. Das Sensorsystem und das PCM- oder Antriebsstrangsteuermodul des Fahrzeugs können unwegsame Geländebedingungen anzeigen. Beispielsweise kann die Motordrehzahl unregelmäßig sein, wenn das Fahrzeug über sehr unebene Straßen- oder Geländebedingungen gefahren wird. Dies kann dazu führen, dass das PCM einen Motorfehler wie eine Fehlzündung erkennt. Einige Fahrzeuge verfügen möglicherweise über einen Straßensensor, einen Beschleunigungsmesser oder andere verwenden ABS-Ratsensöhren und das elektronische Bremssteuermodul EBCM, um die Bestimmung rauer Straßenzustände zu erleichtern. Unabhängig vom genauen System, das in Ihrem Fahrzeug verwendet wird, bedeutet dies, dass das PCM einen rauen Straßenzustand erkannt hat, der Aufmerksamkeit erfordert, wenn Sie diesen Fehlercode erhalten. In der Regel wird dieser Code erst festgelegt, nachdem die Messwerte nach mehreren Laufwerken gleich sind. Dieser Code bezieht sich auf den Stromkreis des RAF-ROT-Sensor A. Symptome Die meisten Fehlercodes lösen die Kontrollleuchte des Motors oder die Kontrollleuchte für Miel-Fehl-Funktionen aus. Bei diesem Fehlercode P0318 leuchtet das Licht nicht. Möglicherweise leuchten jedoch andere Warnleuchten, Traktionskontrolle, ABS und so weiter oder es treten sogar Motoraussetzer oder unruhiger Lauf auf. Ursachen Mögliche Ursachen für das Setzen dieses Codes sind Fehlerhafter Sensor für unebene Straßen Falls vorhanden Verkabelung elektrischer Fehler in Bezug auf Sensoren Die Steuereinheit muss den neuen Straßensensor initialisieren Andere mögliche Ursachen Diagnose und Reparaturverfahren Ein guter erster Schritt besteht darin, nach technischen Service-Buildtanks, TSBs, zu suchen, die für Ihr Jahr Ihre Marke Ihr Modell gelten können. Wenn es sich um ein bekanntes Problem handelt, gibt es möglicherweise ein Buildtank, das Sie bei der Diagnose und Reparatur Ihres Problems unterstützt. Das kann Ihnen Zeit und Geld sparen. Sie sollten eine fahrzeugspezifische Reparaturanleitung erhalten, um den genauen Typ des von Ihrem Fahrzeug verwendeten unebenen Straßensystems bestimmen zu können. Wenn Sie andere Fehlzündungen, ABS oder andere verwandte Codes haben, sollten Sie diese im Allgemeinen zuerst beheben, bevor Sie mit der Reparatur eines P0318 fortfahren. Zeichnen Sie dennoch alle Standbilddaten auf, da dies bei allen Diagnosen hilfreich sein kann. Wenn Sie einen Beschleunigungssensor an Ihrem Fahrzeug haben, überprüfen Sie den Zustand des Sensors, der Verkabelung und der Anschlüsse auf Probleme. Bei Bedarf reparieren. Verwenden Sie dann ein digitales Volt-Ohm-Messgerät DVOM, um den Durchgang, den Widerstand und andere elektrische Aspekte gemäß den Angaben des Herstellers zu überprüfen. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen erweiterten Diagnosetester, um das Fahrzeug über unebene Straßen zu fahren, und überwachen Sie die Sensorwerte der entsprechenden Sensoren am Fahrzeug, um festzustellen, ob Sie das Problem duplizieren können, um das Problem einzugrenzen. Verwenden Sie das!" Verwenden Sie das!" my m Untertitelung des ZDF, 2020